Oh, das habe ich falsch gesehen. Die Magnum gibst du mir. Aber du kriegst die hier. Die Magnum habe ich ja, beziehungsweise noch nicht, die muss ich mir gleich erst holen, aber die kriege ich ja gleich. Da war ein so ein dicker, also ein etwas dickerer Bein, der hat echt überhaupt nicht mehr auf die Schrotflittenschüsse reagiert. Das fand ich schon ein bisschen übel. Ach, die darf ich gar nicht nehmen. Wahrscheinlich hat sie wieder keinen Platz. Voll? Ja, dann nimmst du gerade das Maschinengewehr. Äh, ich wollte hier runter. So, ähm. So, da oben können wir auch hoch. Hier ist echt eine Menge, ne? Voll geil. Eigentlich. Äh, alles voll. Scheiße. Das kannst du doch nehmen. Ich habe ja gerade Maschinengewehr-Muni hier freigeschaut. Fuck. Fuck, oh, verrecke. Bam. Und drauf treten. Die können da selbst hochgehen und gar nicht in die Falle reintappen. Das finde ich immer geil. Hier können wir jetzt doch nur... Ja, die können nur von der einen Seite kommen. Das ist doch sehr geil. Da bleiben wir doch nicht stehen. Die dicken, ne? Ich meine, die Meckle wäre vielleicht nicht schlecht. Aber... Alter, der ist übel. Die beiden dicken sind echt übel. Du da, ja. Hallo. So, ich muss mir ein bisschen Platz suchen, wo ich die dicken... Gut. Was ist denn hier? Bäm, ich kann den dicken treten. Geil. Tja, also die sind hart, die beiden. Oh, ich habe eine Handgranate. Geil. Die will ich haben. Toll. Die hat es echt gebracht, die Handgranate, weil ich die total weggeschmissen habe. Ja. Und Haken. Penner, ey. Der ist doch bald mal tot. Oh, einer, ein Dinger ist tot. Stimmt gar nicht. Ich ziehe mir. Boah. Kriege ich die auch mit der Pistole tot, oder nicht? Au. Das tat gleich weh. Das ist aber echt hart, ne? Ja, ich muss mal wegheben. Ich möchte mich drehen. Ich kann mich weg. Boah, was ist denn hier los? Warum noch so ein Arsch? Alter Schwede, was ist hier los? Ich kann mich nicht in die Falle stellen, dann kommt die weg mit dem Kacke. Alter, was ist denn los? Das ist ja unglaublich, was hier abgeht. Ich möchte die Dicken nochmal erwischen. Die sind aber wieder weg, ne? Sind die noch hier? Nein, die sind nicht mehr hier. Oh, kacke. Ach, nee. Ich weiß, ob sie tun soll. Ich habe jetzt so viel hier umgebracht. Ich muss doch irgendwie gerade sagen. Toll, ich kriege... Was kriege ich dafür? Äh, Pistolen-Munition. Ihr seid ja echt so großzügig. Was ist denn, Dicke? Muss ich jetzt allen Ernstes, äh, die, die Magnum da klauen? Das habe ich keine Chance, wa? Okay, komm. Mütze alles nicht. Ich muss ja die Magnum irgendwie mir schnappen. Weil sonst habe ich ja keine Chance, mich zu killen, wie es aussieht. Sample nicht hat geil, habe ich nicht verstanden. Ja, aber das gleiche, was vorhin schon passiert ist. Das Gute ist, wir sind eingesperrt. Ich kann aber jetzt nicht... Kann ich dir nicht geben? Wo ist sie denn? Die ist außerhalb. Na toll. Ach Gott, ist das ein Scheiß. So, okay, ich muss als erstes mir die Magnum holen, sonst hat das keinen Sinn. Nee, komm, wir machen das gleich nochmal. Ja, weiter geht's in Wilderfahrt. Ich gebe ein Ei ab. Wir nehmen jetzt erstmal die, weil wir uns als erstes jetzt die Magnum holen. Ist okay, ist okay, ist okay. Ja, ja. Der ist tot. Ach, du Penner. So, der ist erledigt. Nö, eigentlich... Na, gut. So, ich esse das Ei. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir jetzt am besten weiter? Die Magnum ist ja aufgeladen. Ähm, den... Komm, nehmen wir mal eben, dann ist das weg. Geht schon los. Geht das schon wieder los? Wow. Weg, 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 weg. So. Hier oben sind wir im Prinzip eigentlich nicht verkehrt. So, jetzt wollen wir den Dicken. Komm hier hoch, Digga. Nein. Ich will den gerade umkicken. Ist zu spät. Das reicht nicht mit der Magnum. Fuck. Ja, uh. Oh Gott. Geh weg. Ich schieß den Weg. Homo? Warum Homo? Au. Au. Spyro. Alter, was ist hier los? Okay, das war gut. Okay. Könntest du mal verrecken? Alter. Ich, ich krieg die Krise. Was laberst du? Au. Alter Schwede. Lass mich doch mal einen töten. Ich muss sie weg. Ich muss sie weg. So, lauf doch mal weg. Lauf nicht immer zu denen hin, lauf von denen weg. Also, erst mal brauche ich... Oh, nee. Und jetzt fress dein Ei. Ich habe dir noch ein Ei gegeben. Oh, Alex. Komm mit hoch. Komm hier mit hoch. Komm hier mit hoch. Sheva, Sheva, du auch. Dann gebe ich, dann gebe ich uns beiden ein grünes Kraut. Wenn du hier hochkommst. Okay. Dann, ja. Nutzen. Oh, fuck. Ja, I'm coming, ja. Fick dich doch. Der ist jetzt tot. Einer von den Dicken ist tot, oder was? Au, ich habe keine Muni mehr. Ein Digger ist tot. So, schön. Wo bist du denn? Oh, Alter. Ich komme hier nicht klar. Ich komme hier absolut nicht klar. Der Frisch... Alter, was ist denn hier... Was ist denn hier los, ey? Boah, ist das hier ein Kackbereich. Oh, du Scheiß. So, ich brauche hier ein paar Dingens. Sheva. Ja, bist du da? Ja, bitte. Äh, falscher Knopf. Gerade machst du. Oh, wie fühlt ich. Ist er tot? Okay, ich habe den zweiten. Ich habe den zweiten. Diese lästigen Penner hier, die Krimi rollen irgendwie tot. Hinter uns ist einer. So, schieß drauf. Bam, schieß einfach drauf. Egal was. Egal was du hast. Ich werde jetzt nicht verrecken. Hinter dir ist einer. Boah, alter Schwede. War das ein Kackbereich. Boah. Hut ab. Also, das war wirklich anstrengend. Das war wirklich... Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da haben sie sich was ausgedacht und das war echt nicht einfach. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Ich habe ja schon gesehen, dass ich da so eine Kurbel drücken muss. Erst mal die Karte wieder her. Äh, da so. Ähm, werde ich erstmal nochmal hier alles abgucken. Genau, hier oben müssen wir gleich kurbeln. Aber wie gesagt, da warte ich noch mit. Ich will erstmal gucken, was hier noch so ist. Vielleicht habe ich ja noch irgendwo ein paar Fässer übersehen und wir brauchen jetzt unbedingt Munition und irgendwas alles mögliche, was wir da so finden können. Meine Fresse. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, wahrscheinlich werden die anderen alle unendlich gespawnt, bevor ich die beiden Dicken nicht getötet hätte. Und die haben echt Energie geschluckt. Das ist ja krass. Hier noch was drin vielleicht? Ja, zum Beispiel. Okay. Äh, ja nicht. Das ist egal. Ich habe keinen Platz. Hast du überhaupt eine Schrotflinte? Ich habe das gerade gar nicht. Oh. Das nehmen wir mal alles. Auch das soll zu nehmen. Ich habe mir was gucken. Das können wir kombinieren. Ähm, die gibst du bitte mir. Das ist gut. Die kriegst du. Das können wir mit der kombinieren. Die Magnum ist leer. Die gebe ich dir. Die ganzen leeren Waffen kannst du alle haben. Dann kannst du das doch hier. Das wäre jetzt eigentlich ganz schön, wenn die das automatisch machen würde. Das ist irgendwie doof, dass man das immer wieder anfragen muss und dann kombinieren und bla. So, jetzt kann ich dir das wiedergeben. So, jetzt gucken wir uns hier noch ein bisschen eben um. Und erhoffen, dass wir doch tolle Sachen finden. Hier ist noch ein Kraut. Das nehmen wir mit. Das sollst du doch nehmen. Ah, das ist doch nicht so ganz... Ähm, das ist Magnum, Muni. Okay, die kannst du haben. Dann gib mir meinetwegen die Magnum. Komm her. Ja. So, dann behalte ich die Magnum. Hatten wir da oben jetzt alles weggenommen? Ich gucke mal eben kurz, dass da noch was liegt. Das sieht aber gut aus, okay. Runterspringen. So, ich glaube, wir haben jetzt hier allmählich alles. Guck, ah ne. Oh, oh. Hier waren wir noch nicht. Und da liegt noch Gold.